Hallo und herzlich willkommen zurück zu Black Ops 2 von Silver Commander. Wir spielen eine Runde frei für alle auf Jemen. Ja, ich habe eine Woche lang nicht gespielt. Ich habe damals ein bisschen im Voraus aufgenommen und so. Und jetzt mache ich mal so zwei, drei Runden frei für alle, ein bisschen wieder reinkommen. Ich finde, das ist frei für alle am besten geeignet. Habe ich so das Gefühl, weil man hat eigentlich kein richtiges Ziel, also kein objektbasiertes Ziel, irgendwie eine Bombe mitzulegen oder zu entschärfen Da, 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 da sind Gegner und ich schieße mal. Wäre doch mal schlau, oder? Nein, 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 ich war nachladen. Okay, nachladen war jetzt nicht so schlau. Ja, und deshalb finde ich frei für alle, ich so gesehen am einfachsten. Man muss halt nicht viel tun, wenn man einen Gegner sieht, dann schieße man, beziehungsweise wenn sich was bewegt, dann schieße man, weil jeder ja einen Gegner schieße, es gibt ja keine Teams oder so und ja. Den Modus muss ich ja nicht erklären, nur dass es von mich persönlich eigentlich, finde ich, der einfachste Modus ist. Aber doch eigentlich, ja, doch vielleicht sogar einer der Besten, vielleicht so, ja, unter den Top 3 oder Top 5, ich weiß nicht, wird er ganz sicher kommen. So, da rennt einer. So, kann man mal wieder ein bisschen zielen, Nioh, nicht immer rumsprayen. Oh, Mann, ich hasse es, wenn man geblendet ist und mit der Maus so schlecht oder so langsam sich bewegen kann. Das wäre ganz sicher ein Kill gewesen, wenn ich nicht geflasht geworden wäre, Junge. War da einer drin? Äh, Messern auf F, genau. Ich habe zuerst auf E gedrückt, irgendwie, komischerweise. Alter! Ah, ich bin sogar bester, ich bin voll schlecht, Mann. Ja, wer es schon gesehen hat, ich habe mal den Lordstar rausgenommen, weil irgendwie schaffe ich das ja nie. Ich komme immer bis zu meinem Lightning Strike. Vielleicht war doch gerade einer. Da lag doch einer vor dem einen Typ und, ach, egal. Ja, ich habe mal, weil ich komme ja nur bis zum Lightning Strike und weiter groß, ich weiß nicht, obwohl ich schon so in zwei Treibenden richtig knapp dran war. Ist es noch einer drin oder so? Keine Ahnung. Ähm, ja, habt ihr für mal die Hellfire, ne, Hellstormfire Missils oder so mitgenommen? Wie heißen die? Hellfire Storm Missils? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ah, schau da nicht so weit! Oh, hier kann man rüberspringen. So, ja, und ist echt ziemlich geil, weil die... Alter! Das ist mal mein Köln. Ähm, weil die relativ nah aneinander sind, also die Hellstorm-Dingsbums und der Lightning Strike. Alter, der kämpft eine in dem Hausclub drin. Oh! Ist schon mal ein bisschen zu weit weg. Vor die Puppepistole. Ah, ja, ja, das gibt es ja nicht. Ah, ich sollte mal hier ein bisschen warm werden, wieder reinkommen. So, mal gucken, vielleicht schaffe ich es auch jetzt mal so alles hin drinnen an, dort zu bekommen, was ich hier ausgewählt habe. Wäre doch ziemlich cool. Das können wir auch mal mitnehmen, aber ich habe keine... Ne, ich habe keine zweite Waffe. Überhaupt nehme ich die MP7 nicht mit. Ja, genau, beim Waffenwechsel, wie immer. Wie immer. Genau. So, da mal rein. Da hat keiner. Da hat einer. Oh, ja, hinlegen, legt er sich hin. Und der... Ah, ja. Hallo? Kommen da hier die Gegner? Wie am Fließband. So, und wo war der? Hm. Wo war der nette Herr? Hat auf mich geschossen, aber der ist nicht in meine Richtung gegangen. Finde ich auch ein bisschen komisch. Oh, da hinten natürlich, ja, war er im Campen. Auf das wäre ich auch noch gekommen. Irgendwann. Ist da drin überhaupt einer? Alter, komm mal. Da kämmt einer, da hinten an dem... Mit der Shotgun. Ey, du bist so erbärmlich. Du bist so erbärmlich, ey. Mit der Shotgun auch noch. Alter, genau. Hallo? Oh, okay. Ah, die Flash, die war schon zu lang drin. So, da hinten kann sicherlich auch einer. Oh, okay. Ich wurde geflasht und der da hinten auch. Der da hinten kam doch von da hinten, oder? Oh, das wäre doch... Alter! Das habe ich gar kein Kill bekommen. Waren zwei Uhr gerade zu sagen, oh, das wurde Double Kill. Das habe gar kein... Oh, 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 oh. Oh, das ist auch einer. Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufen soll, ey. Von überall kommt ein Gegner. Na, come on. Alter, und überall hocken sie. Gibt's doch gar nicht. Überall hocken sie. Oh. Äh, da ist glaubt ein Geschütz oder so. Na, komm und ich guck da nach links oder denk da, dass da längst sein könnte. Dann killt nicht der wieder. Hallo, ich habe eine Flash geworfen. Komm weg. 13, 12. Alter, wie schlecht ich bin. Jetzt bin ich vierter. Woche war ich noch Erster. Ei, 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 ei. Da ist grad gerommst hier. Da oben ist keiner. Aber irgendwie so eine Hunter Kill-O-Drone wäre doch mal ganz nett irgendwie, dass ich mindestens eine bekomme. So, ich könnte doch jetzt mal so ein bisschen warten. Ah, fuck. Die war zu weit. Ja, da ist nämlich ein Geschütz. Da brauche ich nicht hinrennen. Gehen wir wieder dahinten, jetzt in den Markt oder so. So, hier oben ist keiner. Also voll der Stellungskampf hier und ich renne hier als einzigster rum. Ja, da kleidert er da rum. Oh, so auch ein bisschen eng. Gehen noch so eine Sekunde mehr geschenkt, dann weg, wohl tot gewesen. Also, wo soll ich hin? Alle laufenden Wohl zu ihren Camper-Positionen und ich... Hab keine Puls. Ich guck mal, da rennt's schon wieder einer. Also, wie... Oh, ich wollte grad abdrücken. Also, wie der kämpft. Alle kämpfen. Also, wie der? Nein, alle kämpfen. Nicht nur der, sondern alle. So. No. Genau, ja. Lauf wieder zu deiner Camper-Position. Ja, lauf doch wieder. Wie so ein Hund, ey. We're fucking tricks. Oh, man. Mit der Bombe, echt, ey. Aber der Enix, der Camper oder Fenix, oder wie der heißt, keine Ahnung. Der kämpft da nicht mehr. Der war ja immer da drin. Der lauft jetzt rum. Mit seiner schwulen Pumpe. Da hat einer geballert. Und der kackt da wieder. Und auch nicht. Nein. Jetzt bin ich hier drin. In den Gefangt. So, ein Noob. So, ah, ah, da kommt. Ah, äh, äh, zweiter. Alles klar. Okay. Ja, easy. Ja, easy. Der ist halt mal die halbe Runde hier drin gelegen mit seiner Pumpe. Der war auch voll easy. So ein Noob, ey. Ich hoffe trotzdem, euch hat es gefallen. Ich würde mich freuen, über die Kommentare und whatever wieder schauen und reingehauen.